Andreas Gabbani und viele mehr, das Wettbewerb sich mit dem Sommerobene live aus Bad Kleinigkeit, morgen um 20.15 Uhr 11.2 Uhr. Drei Tage Festivalstimmung im Grenzenbog, alternativer Volksmusik und bei Gespräche beim Musikfestival Bockstiburg auf Schloss Straßburg. Mit dabei Volkshilfe hat Söldner, Sonaglut, Matakustix und viele mehr. Das Wettbewerb ist nicht gut. Jetzt sind da bis 15.Juni. Das Wettbewerb ist nicht gut.